Hast du es mitbekommen? Steffi und Carsten haben sich getrennt. Na, guck mal an. Das ist alles? Guck mal an. Weißt du auch warum? Was? Warum sie sich getrennt haben. Wer? Steffi und Carsten. Meine Güte. Es lag an ihrer schlechten Kommunikation. Steffi hat gesagt, sie kommt mit Carsten kein normales Gespräch mehr führen. Tja. Mehr hast du nicht dazu zu sagen. Außer... Tja. Mein Gott, was soll ich denn jetzt groß dazu sagen? Ist dir schon wieder alles zu viel, oder? Sag mal, was willst du denn eigentlich von mir? Ich will... Ah, komm, halt einfach deinen Maul. Echt. Siehst du, Steffi? Bei uns ist die Kommunikation auch für den Arsch. Aber deshalb trennen wir uns noch nicht gleich. Bis jetzt.